Hallo liebe Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Caramba aus dem Amigo Verlag. Ein Spiel für 2-4 Spieler ab 7 Jahren mit einer Dauer von ca. 20 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spieleschachtel einen Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Caramba. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden Inhalt. Eine kleine Anleitung. Dann gibt es hier einen kleinen Plan, um die Punkte zu zählen. Dann gibt es hier für jeden Spieler 6 Würfel und diese 3 Figuren. Ja, und das ist er, der komplette Inhalt dieser Spiele-Schachtel. Und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Aufbau funktioniert wie folgt. Er legt jetzt diese Punktezählleiste irgendwo auf den Tisch und dann diese 3 Holzfiguren so auf den Tisch, dass alle Spieler gleich gut rankommen, also am besten irgendwo in die Tischmitte, sodass sich da jeder gleich gut einen davon schnappen kann. Dann bekommt jeder Spieler 6 Würfel und jeder Würfel hat ein bestimmtes Symbol. Also hier drauf sind lauter Hufeisen, hier drauf ist lauter Panda-Bären. Es gibt dann noch lauter Glocken darauf oder lauter Kirschen darauf. Also für jeden Spieler gibt es ja eben ein Set mit Würfeln, mit gleichen Symbolen. Und so nimmt der eine Spieler jetzt mal hier die Hufeisen, der andere Spieler hier die Panda-Bären. Und die beiden Orangenwürfel, die stellt man hier auf die 1 der Zählleiste. Das sind die Punktezähler. Die restlichen 5 Würfel behält jeder Spieler und dann kann es auch schon losgehen. In diesem Spiel müsst ihr schnell würfeln, bis alle Würfel die gleiche Farbe zeigen. Und dann schnappt ihr euch sofort die entsprechende farbige Figur. Je größer die Figur, desto mehr Punkte. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Die Regeln von Karamba sind sehr, sehr simpel. Es geht einfach darum, dass jeder Spieler versuchen muss, mit seinen 5 Würfeln hier die gleiche Farbe zu würfeln. Und je nachdem, welche gleiche Farbe man eben hat, desto einen größeren von diesen Figuren darf man sich schnappen. Also würfel ich 5 mal rot, darf ich mir den größten hier schnappen. 5 mal blau, den mittelgroßen. 5 mal schwarz, den kleinen. Der kleine ist einen Punkt wert. Der blaue 2 Punkte. Der große rote 3 Punkte. Allerdings ist es so, dass die ganze Zeit beide Spieler gleichzeitig würfeln. Das ist also ein Echtzeitspiel. Die Spieler würfeln, 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 würfeln. Und sobald einer eben 5 gleiche hat, schnappt er sich den Pömpel. Und zwar egal, ob er in der Tischmitte steht oder schon bei einem anderen Spieler. Solange hier in der Mitte noch eine Figur steht, kann man also auch die Figuren von den anderen Spielern wieder klauen. Erst wenn die letzte Figur hier in der Mitte auch rausgenommen wurde, also wenn das jetzt so ausschauen würde, und er würde jetzt die 5 schwarzen Würfeln sich da schnappen, dann ist Schluss. Also sobald die letzte Figur aus der Mitte genommen wurde, ist das Spiel vorbei. Okay, ansonsten kann man immer noch schauen und sagen, okay, ich gehe jetzt mal, der steht hier noch, ich gehe jetzt mal auf die roten und versuche jetzt dem Spieler da drüben den roten wieder abzuluchsen. Denn ich darf selber entscheiden beim Würfeln, was ich mit meinem Ergebnis mache. Also wenn die Sachen jetzt hier stehen, dann wird Karamba gerufen und beide Spieler legen gleichzeitig los mit Würfeln. Und hier darf sich jeder Spieler jetzt beliebige Würfel zur Seite legen, den Rest neu würfeln oder auch tauschen und das andere ist neu würfeln. Also wie man das dann würfelt, ist komplett egal. Es geht nur darum, einfach fünfmal die gleiche Farbe zu bekommen. Und natürlich ist schwarz am häufigsten drauf, blau noch jeweils zweimal und rot nur einmal. Also das rot natürlich am schwersten zu bekommen. Und dann würfelt man und würfelt man einfach. Und wer schneller würfelt, ist natürlich auch ein Vorteil. Also einfach Gas geben, würfeln, würfeln, würfeln. Und sobald ich dann sage, es ist schon dreimal blau, viermal blau, fünfmal blau, dann schnappe ich mir den blauen und schlage den auf den Tisch dreimal. Dass der andere Spieler weiß, aha, jetzt ist einer von diesen Figuren weg. Dann kann man als Gegenspieler kurz schauen, was hat sich denn geschnappt, aha, das. Aber es geht sofort weiter. Das heißt, es wird keine Pause eingelegt, sondern man schnappt sich das Ding, gibt kurz laut, dass man es hat und würfelt sofort weiter. Und wenn eben die rote Figur jetzt hier drüben ist und er sammelt es rot und hat auch rot, dann wechselt das wirklich hier rüber. Er würfelt dann von mir aus die fünf blauen, er würfelt nochmal die fünf schwarzen und dann ist sofort Schluss, weil keine Figur mehr in der Mitte steht. Und dann werden Punkte verteilt. Wie gesagt, drei Punkte, vier Punkte für den Hufeisenspieler und hier drüben eben zwei Punkte für den Spieler mit der blauen Figur. Und das Spiel läuft dann einfach so lange weiter, bis ein Spieler hier auf oder über die 20 drüber kommt und dieser Spieler hat das Spiel dann gewonnen. Das war sie, meine Spielevorstellung von Caramba aus dem Amigo Verlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht's es gut. Euer Michael. Servus, macht's es gut.